Excel interpretiert Zahlenwerte als Text Wenn Sie Zahlen aus externen Anwendungen in Excel importieren, kann es vorkommen, dass diese Daten nicht als Zahlen interpretiert werden, sondern als Text. In der Folge kann man mit diesen Zahlen auch nicht rechnen. Um diese Daten in Zahlen umzuwandeln, bedarf es eines Tricks. Wenn Sie mit der Summenformel die Summe der vier Zahlen bilden, Alt plus Gleichheitszeichen, weist Excel als Ergebnis Null aus. Um dies zu ändern, schreiben Sie in eine beliebige Zelle die Zahl 1. Danach kopieren Sie diese Zelle, indem Sie nach einem Rechtsklick Kopieren, Auswählen oder STRG plus C drücken. Jetzt markieren Sie alle Zellen, deren Inhalte von Excel falsch interpretiert wurden. Wählen Sie dann aus dem Kontextmenü, das Sie mit der rechten Maustaste aufrufen, den Befehl Inhalte einfügen. Hier aktivieren Sie die Option Multiplizieren und bestätigen Sie mit OK. Wie Sie sehen, wurden die Werte nun richtig erkannt, die Summe wurde richtig berechnet.